was was 10.000.000 f was brauchen wir irgendwas was strom bringt habe ich jedoch den solar generator es muss ja was besseres geben was wir unendlich haben und wir brauchen besseres essen die melonen die gehen wir kannst du futtern und zehn schritte gehen falscher weg ich muss halt den weg genommen meine sachen der kippa nicht ernsthaft an wie viele spinnen und schon wieder sind ich komme mein graf schon nicht es ist unglaublich ich glaube die wollen einen jetzt weiß gut und hölle bringen zehn spinnen 20 zwei wie man das schaffen soll sie der fläche sein hühnchen taktik spielen trotzdem ist die frage magie man ist bei fläche ist die hühnchen taktik sich feige oben hinstellen sneaken und alles klatschen was hoch will oder flash ist irre und klatscht jetzt zwei spinnen auf einmal weg oder sind doch vier das wäre bist du weißt doch jeder der kippa verpiss dich der kippe der kippa kommst du nicht mal mit kaum mit wir werden gleich die aufnahme ja da sind es viele grabsteine haben wir das nicht schon mal gehabt das bei der ersten aufnahme das sind nicht weniger mobs das ist nervig aber nicht mehr die sachen habe ich schon mal okay eine errungenschaft habe ich schon was fehlt mir doch mein dickes mein dicker grabstein ich muss mir echt nicotine fürs fenster holen ich muss nur gucken wo der grabstein ist oh spinnen ich habe einfach die fernüsse genommen die treiben dass man die Lichts und Energies daran okay ich habe mittlerweile eine spinnpanik hier unten gefunden ja ich habe vielleicht nicht so schlecht ja bumm ich habe vielleicht Helm die Knochen brauche ich eher, der Dirt kann weg das kann weg Zucker brauchen wir nicht die Kompels genausik die Kompels genausik ich brauche jetzt eine Schaufel im Winter und da ich brauche Schwerte ich brauche die Fackel sind ja gar keine Hühnchen drin ne habe ich noch keinen Ei mit Hühnchen bekommen ach komm ey ich glaube ich tue den Spinn-Spawner und abbauen weil ich muss so langsam gleich mal beenden weil das wird immer schlimmer mit der Kodierung ja ich kann hier nicht rauskommen explodiert die ganze Zeit nur bam 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 wenn ich raus will habe ich Spinn am Arsch hier am Arsch ganz fette Spinnpusteln die mir auf den Sack gehen ja ooooh ooooh aua so spinne bleibt jetzt mal unten reinstes Creeper-Paradies gewesen jetzt müssen wir erst den Weg durch Dirt wieder graben ach komm spinne wo kommst du denn jetzt her was denn das ist doch nicht mehr lustig ne das ist doch nicht mehr lustig ne das ist doch nicht mehr lustig ne so so wie ist das Buck es ist unglaublich was die so einen ärger müssen ihr ja weißt du noch Mops und Mops und Mops und Mops von über 100 Lieder bin ich grad mal bei Lied 54 von hier Crash Bandico ooooh Enderman Enderman quält mich gleich gleich 800 KS von 10 M ne 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 Oh, dann mach ich. Ich lass die mal raus. Ist der rausgenommen? Ja. So. Das Ding muss wahrscheinlich zubunden, da komplett das Ding voll sein. Ach, komm. Das meldet sich zu Wort. Tschüss. Ernsthaft? Ich sagte Tschüss. Ich hab Sachen gefunden, die ich nicht mitschleppen kann. Ich nehm die Pfeile noch und setz das mit. Ich bocke die Kiste einfach mal im Stein, dann weiß ich, dass ich die schon hatte. Ach komm, ey, das ist nicht wahr, wie die alle spawnen. Ich boah jetzt, das reicht mir. Ich spawn jetzt unten ab. Mach doch. Da hat keiner gesagt, dass die stehen bleiben sollen. Hätte man doch verwenden können. Wir haben ne Kaktus-Farm als Diskette? Ja. Ne, hatten wir immer. Oder? Haben wir noch. Ich hab grad ne Kiste gefunden. Ja. Da, 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 da. So, der Spawner ist jetzt kaputt. Die Schnuze voll gehabt. Nein, sowas mag man noch nicht. Doch. Gehen wir auf den Kekse, die Viecher. Nein. Aber noch nie mehr lustig mit denen. Aber ich wunderte immer noch, dass sie so ein... Zombie die ganze Zeit Türen kaputt machen kann. Und wo? Das ist die andere Sache. Wo könnte das passieren? Wo könnten die klopfen, die Schweine? Da hinten ist noch ein Raum. Achso, das ist außen. Nein, das ist unter uns. Das ist... Wie kann hier was spawnen? Alter Schwede. Das ist alles ausgeleuchtet. Da hinten in der Ecke muss das sein. Das hab ich im Urin. Ja. Ganz viele nummerigen gerade. Hm? Dass da irgendwas ist. Nee. Sag dich ja. Was denn? Ich hatte was denn?